Das war ein Unidad-Pesa. Ich muss die Straße hier verlassen. Eine kleine Abkürzung nach rechts. Nein, nicht am Dach liegen bleiben. Komm, da geht noch was, da geht noch was, jawohl. So, jetzt rauch ich dann immer im Wasser rauchen, das ist auch geil. Schafft nur mein Auto. Schüchtern Sie den Zigarion ein. Das heißt, ich darf ihn wieder mal umlegen. Das heißt, wieder Blendgranaten. Immerhin funktioniert das mit denen ganz gut. Mit einem Leucht-Dingsbombs, das er will und ein Ivo Bier, das bringt irgendwie gar nichts. Ja, ich muss aber von der Straße runter, sonst kommt wieder so eine dämliche Patrouille, die was man im Sack geht. Wow. Die Drohne ist oben. Zurück mit dir. Sie werden nicht sehen. Da ist noch ein Tango. Schleiß unterwegs. Lass mich in Position gehen. Gehe auf neue Position. Aber da ist auch ein Zivilist. Das macht fünf. Ziele. Ziele. Ich bin schussbereit. Ich bin schussbereit. Ich bin schussbereit. Ich bin schussbereit. Achso, scheiße. Warte mal, Moment mal. Die beiden kommen jetzt nicht. Das ist blöd. Roger, ich gehe in Position. Und ja genau. Siele fast. Die beiden, das geht nicht. Was mit dem? Noch eine bessere Schusslinie. Bereit auf deinen Befehl. Oh, der sieht den nicht. Das geht. Na weg mit denen. Hab ihn. Den müssen wir weg. Bleib. Feuer frei. Hintergrund. Ja, das ist mir nur egal. Der kriegt jetzt nämlich meine Blendgranate. Wenn der mit schnell retzt und nicht in drei Jahren dann geht. Ah, das könnte er hin holen. Scheiße noch mal. Werfe Blendgranate. Der Leutnant will abhauen. Das ist von rechts noch einer. Nein. Diese Arschgeigen da von rechts hin. Schreckigen Arschgeigen, ey. Du musst nur eine scheiß Verstärkung kommen, ey. Ja, mach schon. Alter, sind diese Idioten, ey. Ich wurde nur einmal gerätzt. Was für ein Spackenteam, ey. Diese volle Idioten von KI. Die sind so dumm wie ein Stück Scheißhaus-Stein, ey. Wie kalt im Scheißhaus. So dumm sind die, ey. Echt, ey. Das ist so eine dumme KI, ey. Das ist gigantisch stumm, diese KI. Hier, war nur... Keine dümmere KI wie in diesem Game, ey. Retzen mir die Wichser nur einmal, ey. Spackenechte. Müsste nur so ein Trottel sein, hier. Mit so einer dummen KI ist natürlich schwierig. Ansonsten wäre das ja kein Problem. So, ich suche eine gute Position. Ich sehe das Ziel. Aber da ist auch ein Zivilist. Roger, ziehe markiert. Äh, und wen? Alles nur gut. Die beiden da am besten. Ein Drecksack weniger. So, dann die beiden. Den Hintern und den vordernden Marisol. Das müsste gehen. Auch wenn ich hier mal was sehen würde, ey. Ah, der geht ins Gebäude, okay. Hat der was gecheckt oder was? Nee, oder? Der was gecheckt? Oh nee, jetzt ernsthaft? Verweilt euch ein bissl. Verstanden. Und für bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Loslegen. Granate kommt. Komme mir, der Kulero. Ja, scheiße, das war eine Granate. Oh fuck, alter. Ich dachte, ich hab Blendgranaten drin. Was schaltet diese Arschgeige jetzt auf Granaten um? Ey, das ist doch ein Witz, ey. Ja, geil. Dann kann es mich auch wieder töten. Scheißegal. Die Mission gelaufen ist, können sie mich umbringen. Dann hab ich die wenigstens wieder frei hier. Ey, ich hab vorher Blendgranaten drin gehabt. Wieso schaltet dieses Arschgesicht da um auf Granaten von alleine? Was soll das, ey? Das ist so eine Trottelsteuerung, ey. So, könnt ihr euch beeilen mit mich hier umlegen? Danke. Ich hab nicht ewig Zeit. Das ist so ein Witz, ey. Wenn das eine Blendgranate wäre, hätte es geschafft, ey. Aber wenn das Kackgame natürlich automatisch von Granaten umschaltet, wäre Witz frei. So, fertig. Ich hoffe, die Mission ist jetzt wieder aktiv hier, ey. Ah, so dümmlichste. Die KI ist wirklich brunzdumm hier, ey. Und dann nur, dass sie deine Ausrüstung von alleine verstellt. Das ist natürlich mega. Mega ist das. Sowas braucht man. Sowas liebt man. So muss es sein. So tötet man am besten den Spiele-Spaß. Jetzt kann ich den Scheiß nochmal machen, eh. Obwohl es eigentlich schon geschafft hat. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Augenblick. Den machen wir jetzt. Da ist der denn hier einschüchtern muss. Eigentlich kann ich die da vorne sogar nicht wissen. Problem ist nur, ich will die gerne in Ruhe lassen. Jetzt brauchen wir alles klar. Position. Wo könnte man es machen? Ja, jetzt kommt der da vor, oder was? Roger. Ziel erfasst. Das geht natürlich nicht. So könnte man es machen. Ja, das läuft. Roger. Zeit auf dein Befehl. Hab ein. So, das hat hingehaut. Dann bleiben nur mehr die zwei, wenn er jetzt richtig zählen kann. Ich bin auch zur Sicherheit, ob da nur einer rumlümmelt, nicht? Dass ich wieder einen Bauer da im Hals habe. Ach. Kann man denn so schwierig sein? Einmal Blendgranate hin und fertig. Aber wenn natürlich dann automatisch die blöde normale Granate gewählt ist, ist natürlich idiotisch. Das ist kacke. Verstanden. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel erfasst das Ziel. Schicke eine Blendgranate. Ah, da ist noch einer. Scheiße. Da ist noch einer. Das ist jetzt nicht gut. Aber... Das ist nicht so schlimm. Weinst du, Puto? Sag, deinem Boss ist tot. Kannst du ihn ja rächen, wenn die einen... Mal schneller, bevor wir ihn nicht sehen. Ich sag's ihm, du lass mich leben. Meinst du, die Botschaft sitzt? Ich wette, der hat sich eingepisst. Seine eigenen Leute werden ihn auslachen. Wir werden erst die Rebellen reagieren. Scheißegal. Mission ist geschafft. Passt es. Danke. Aber ich brauche wieder normale Granate mehr. Ein bisschen Aufklärung wäre nicht schlecht. ja scheißegal auftrag ist es wurscht könnte mich ja noch mal retten aber ansonsten ich habe meine auftragung fertig aber ich bin nichts zu meiner ruhe wenn ich stelle muss ja genau alter der zielt da durch den baum du läuft bei der kai da ist sie wieder ganz gut ich habe schon viel bullshit gesehen aber die kai in dem game hat eine kai kann 0 die ging okay ist nicht mal so du also ernsthaft weil wenn sie dich nach 20 minuten retten ist es witzlos aber scheißegal ich habe meine mission geschafft von daher scheiß drauf und zwar so richtig kräftig und fest jetzt nur mein ding star und fertig da ist scheißegal ganz ehrlich mein gott ich will doch nur diese waffenkiste jetzt machen wir das ja er schießt mich das scheißegal ich will nur die waffenkiste der rest ist mir scheißegal ist das nervig er macht schon verdammt das war knapp alle was selten die jetzt so was für ja denn schon wieder man ich will nur die waffenkiste ist es so schwer ich renne jetzt einfach wenn ich hin bin aber so ist noch mal fertig ich will nur diese waffenkiste der rest ist mir scheißegal hier ist eine waffenkiste geht doch warum denn der kleise so nervig leichtes maschinengewehr im karriere so leckt mir im arsch da hinten wird mich mal machen die rebellen so läuft es könne mich mal durch ich eier doch nicht mit den affen hier ewig rum das bringt mir gar nichts so wie weit ist es 700 meter guck das ich geh auch noch zu fuß hin schon nervig manche missionen wenn wieder alles respawn aber richtig nervig teilweise bei mir bei mir schon lange alles klar wir müssen nur darauf rennt da gut berg auf 450 meter genau das schafft man auch noch ich habe mich am arsch der welt da oben hoffentlich komme ich darauf überhaupt da oben ehrlich ich kann schon mal markieren boah das ist eine komplette base fuck aber egal die position wechseln gibt zeichen scharfschütze oben auf dem tor die position so den anderen sniper weg bitte dann gehe bereit auf dein befehl erledigt so ich werde da links rum gehen alles andere bringt hier nichts sonst kommen wir nicht rein in die scheiß place da müssen wir nur rum nein nicht runter fallen nein bist du hier nicht raus jetzt oder was ach komm möchte ich jetzt nicht irgendwie hier raus kommen jetzt bin ich hier gefangen oder was was soll denn der scheiß ehrlich jetzt bist du jetzt witzlos komm komm nirgends hin komm on alter hey das ist so mühselig manchmal fuck off ich kann hier nichts machen so eine scheiße bin ich hier eingeklemmte man dreckige fuck glitches und wenn ich wiederbeleben mit diesem pfosten k.i. jetzt wenigstens nicht aber ich glaube die sind jetzt so blöd dazu wie ich solche bugs hasse ey wenn du irgendwo hinkommst und dann kommst du nicht mehr raus das ist so asozial ja schön dass du da bist du trottel kann ich mich mit c4 sprengen weil ich keine granaten mehr hab scheiße nochmal granate fliegt ja das hat super funktioniert c4 geht auch c4 überlebe ich läuft bei dem game richtig nice ich überlebe c4 läuft bei mir was habe ich noch an sprengstoff mine das bringt mir nix ich legne mine für unsere sikario freunde ablenkungsgranate drückt der granaten habe mir mal bringt auch nix mine bringt nix blankgranate bringt nix bringt alles nichts ich bin hier scheiß gefangen einfach toll soll ich jetzt eine schnellreise machen am anfang oder was das ist doch ey ehrlich solche scheiß bachse also das ist wirklich ein drecksbacke kommst du an eine stelle wo es nicht mehr weiterkommt sowas brauchst du dass die ganze scheiße nochmal hinfahren musste das macht richtig laune so ein drecksbacke ist ja überhaupt nicht weit darunter scheißbacke ländiger wirklich in so ein drecksbacke kannst du extra nochmal hin mach das ich fliege mal schauen wenn ich habe jetzt überhaupt ja granaten habe wieder megamäßig zumindest hol für den arsch ganze weg für den arsch dann nur wegen so ein scheiß bug so was ist echt mühselig so was brauchst du im leben der drecksbacke so wir kommen jetzt zu dieser scheiß basis am besten hier runter wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020